Du bist auf der Suche nach einer vertrauenswürdigen Seite, wo du dir günstige Rocket League Autos und Items kaufen kannst? Dann schaue jetzt bei meinem Partner rl.exchange vorbei. Schnelle Lieferungen und viele Zahlungsmethoden. Den Link findest du unten in der Videobeschreibung und mit meinem Code REAPERS sparst du noch 3% auf deinen Einkauf. Trage jetzt, um mich kostenlos zu unterstützen, meinen Creator-Code bei REAPERS-YT in deinen Rocket League Shop ein. Einfach eingeben, bei REAPERS-YT OK drücken, dann unterstützt du mich 14 Tage lang, alle 14 Tage neu eintragen und nun viel Spaß mit diesem Video. Boah stimmt, der Ball bammt ja hier gar nicht mehr so deutlich. Junge, Let's Goooooooo! Hat er gut gemacht. Es war grad so ein richtiger Chor Luca. Ja ne, ooooooooooooooo! Ich wollt grad was sagen, kennt ihr diese, diese Menschen, die so ooo ooo machen, ich will jetzt nicht sagen was für Menschen. Die Fußballer meinst du? Nein, die Was weiß ich Scheiß drauf, Digga Der Ball ist einfach kurz in der Luft stehen geblieben Wie bounce denn der Ball? Das ist wirklich weird Ja, hab ich doch gesagt, dass es nichts mit können zu tun hat Doch Nein Gehen Ja, den hat er Oh nein, ich hab ihn reingemacht Ja, Luca, Digga, einfach schlecht Junge, ich sag doch Glück Einfach, guck mal Ja, einfach Carried by Joe Einfach Carried by Joe Oh nein Oh, da hat er Angst, ne? Nee, nee, den hatte ich safe Nee, kannst du, kannst du ihn gucken im Stream Den hat er nicht wirklich safe Moment, Moment, Moment Der Ball ist gestern für dich Das hört er nicht, ne? Scheiße, ihr habt ja bessere Kommunikation Ja, nein, nein Dribble Play Oh, schade Junge, ich hab dich nur gehalten Oh mein Gott Junge, let's go Ey, Joe Drei, zwei, eins Okay, scheiße Hätte der Mate einfach nicht gedrückt, dann wäre er gesroffen Okay, komm, komm, komm Der wird wahrscheinlich wieder in alle Richtungen fliegen Ey, pass auf, pass auf Oh, ja, 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 ja Ja, der kommt aber nicht, nicht Warte, hab ich Ja, eigen Tor, eigen Tor Eigentor, Junge Nein Nächster Ja, keiner Ja, der ist weg, der ist weg, der ist weg So ein Ding ist das halt Haha Nein, das wäre die Jungs gewesen Jo, der kommt noch mal gut Hoch, Joe Oh Okay, okay, okay Merk, merk, komm Der ist weg, der ist weg, der ist weg Ja, wir gewinnen hier ganz easy Luka, drei, zwei, eins Eins Huuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu Deine Ladezeiten sind ja fast Face-Station-mäßig Äh Ja, der ist drin Ähm Boah, ich hab Nicht unbedingt den besten Prozessor, glaube ich Weiß eigentlich geht's Der ist von Aldi, ne? Ja, ja, ich hab mir so einen Aldi-PC gekauft Ja, Median-PC sind aber eigentlich ganz gut Äh, Luka? Ja, ja, kein Ding Huch Der ist drin, oder? Oh, nee Der war Der war, Junge Let's go Let's go Der kam aber wie eine Rakete, Junge Ja, Junge, Rakete Rakete Rakete, Junge Astra-Rakete schmeckt gut Zack Warte Warte, warte, warte Nee Mach du, los, Ende Drin Ich sag, das Turnier gewinnen wir Also, wenn wir das gewinnen Er verliert Alexander Also Halt schon mal den Zwanni bereit, Minion Hat er gesagt, 20 Euro, wenn Ja, 20 Euro, wenn wir gewinnen Und wenn nicht, dann muss ich ihm auf TikTok folgen und seine Videos durchliken Ei, 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 ei Ja, gut, Digga Drei Tore noch, dann ist es vorbei Was, eins noch, oder nicht? Drei Nee, ich hab das 7 gestellt Ah, okay Komm, Double, 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 Double Wir werden gewinnen Wir werden gewinnen, Streamchat Nee, werdet ihr nicht Warte, der kommt nochmal Ja, ja, hast du Nein Ja, Junge Let's go Ah, schade, der hätte ein bisschen besser in die Ecke knallen müssen Ja, trotzdem drin, sehr schön Was, ein Ball Ja, wir gewinnen Sieger durch Aufgabe Broke Internet Oh, Junge Alleine mit diesem Clan-Tag Der Was ist das für ein Clan-Tag? Kadu Hä, bist du lost? Was denn? S-K-C-S Woher soll ich das kennen? Nein Das, deren Clan-Tag A-M-K Bist du dumm? Ach, A-M-K Nein Ach, Joe Junge Er bammt mich einfach, Digga Ja, und da, Digga Da dachte ich mir so Nein Was geht, Shredder? Moin Also ich weiß nicht Ich kann die halt schon einfach nicht ernst nehmen Wie die so Clan-Tag Warum muss man sowas immer machen, Digga? Ich verstehe sowas einfach nicht A-M-K Keine Ahnung Das ist so Schade Boah, Luca, Digga Da eh nicht Nee, nee Oh Oh, Digga, dieser Winkel Sehr schön Der war richtig, richtig schwer zu nehmen Digga Padu Äh, Jonte Viel Wasser trinken Viel frische Luft Was denn? Und Migräne Ganz oft Also einmal in der Woche Mindestens schreibt Jonte hier gerade im Chat Äh, um, um, um Die, die, die Gegner hier gerade Das heißt, weil das könnten keine Könnten keine Zuschauer sein Könnten auch einfach Randoms sein Ja, ja Hä, wie kommt ihr jetzt darauf? Weiß nicht, einfach so Ach so Meine Zuschauer würden Sich nicht so einen Clan-Tag machen Ach so Oder dich die ganze Zeit bumpen Bump 3 Also wenn sie das noch drehen Dann spiele ich nie wieder Rocket League Äh, Matthias Block Ich grüße dich Komm Digga Äh, Kevin Kannst du ihn rausbauen? Digga Wenn das Zuschauer von dir sind, ne? Junge Ich mach dir aber Jetzt kommt es hier, Digga Einfach nur rein Da in die Eure Hier ist wirklich nur wichtig Einfach nur Die ganze Zeit zwischen Lol Ah gut Hatte freie Bahn Ja, nee Das sind niemals Zuschauer, Digga Also wirklich An alle Ihr seht den Chat ja nicht Und die schreiben da wirklich nur Scheiße rein Äh, die schreiben so was für eine Parade So Die sind übel salzig Weil die verlieren Oh mein Gott Der war so schön Ja Und gewonnen Howard passiert Ich hab drauf gewartet Ich hab drauf gewartet Jawohl Ich hab drauf gewartet, dass beide failen Ich wusste es einfach Ich wusste, dass keiner den da beim Abprallen bekommt Oh, Litex Nice Du bist mein favorite YouTuber Jonte Vielen lieben Dank Kuss, Kuss Viel Glück Dankeschön Alex, B, was geht? Herzlich willkommen im Stream Oh mein Gott Fahr hin Oh mein Gott Jawoll Sie waren so verwirrt Sie waren so verwirrt Wieso? Weil ich damit hingefahren bin Dachte ich so Hey, nein Hey, Junge Ey, vor mir ist es keiner hingesprungen Keiner Du fährst immer, ne? Ja, ja, ja Links fährt immer Ja, nee, nee Fahr, fahr du Oh, Leute Ich hab Ja, ja, sie faken Sie machen, sie machen dumm Man darf niemals beim Boomerball faken Ich hatte, ich hatte Lacks Ich bin gerade richtig Als, ich bin gerade so über den Boden geschlittert Als ob ich gar nicht gefahren bin Sondern so geslidet irgendwie Geslidet Dankeschön Das ist geslidet Leute, wir zocken hier gerade ein Boomerballturnier Alex Äh Ja Macht auch sehr viel Spaß Hey, den hab ich nicht Ah, okay, aber Failed aber komplett Äh Wiii Fack Er war schön Diga Tja, auch die sich verlassen Aus ihm gar keinen Bock mehr Leute, wieso tatsche er denn nicht? Oh, oh mein Gott Loi, was? Der war sehr, sehr schön Der war echt heftig Der war, der Winkel war halt sehr Diga, vielen Dank Diga, guck dir den Winkel an Du bist gut Naja, Leute Geht so Bei Boomerball kann man halt nicht viel sagen Ob man gut ist oder nicht Weil es ist halt wirklich Das Gute ist hier Hier kannst du schön so einen Ball boosten Und dir Zeit lassen Weil der Ball einfach Ja Ja, weil der Ball einfach sehr langsam ist Teilweise in der Luft Hier sind beide raus Es ist schon vieles Lack, ja Ja, aber wir haben auch teilweise Binger reingemacht Die man halt reinmachen musste gefühlt Hast du? Achtung Oh Hat er gefällt Hat er gefällt Hat er gefällt Oh War du mal kurz Ich muss mal kurz ins Tor, Digga Ich hab was an der Wimper hängen Oder Ganz, ganz schlimm Oh, los Ah, sehr schön Sehr schön Da Der Elias Ja, weniger Ich bin sehr, sehr inaktiv auf Discord Discord ist nicht so meine Plattform Ich hab mein Discord da Schreibt auch öfter mal was rein So für euch allgemein Wenn neue Streams kommen Wenn neues Video kommt Einfach mal so Hallo Oder so Smalltalk mäßig Aber so privat schreib ich mit Gar keinen Zuschauer Okay Nice Ist das Finale? Nee, nee, ist erst Halbfinale Nee, nee, ist Halbfinale schon? Ja, ja Okay, Leute Also Halbfinale gerade Ist auch wild, ne? Ist auch mal wild Ist auch mal wild Wildes Halbfinale Hast du? Naja Oh Ich feil den voll auf Weil ich muss den Wenn ich den kriegen würde Würde der Ähm Junge, was hast du da denn gemacht? Du hast ihm ja absolut zugepasst Na, ich will nicht drüber reden, Luca Hör auf Komm, wir spielen einfach weiter Ich will wirklich nicht drüber reden Jo Äh, was ist mein Sternzeichen, Leute? Löwe, Löwe steht immer für Stärke Durchhalten, Vermögen Niemals unterkriegen lassen Jo Das, das interpretiere ich Und Bälle verfehlen in Rocket League Und Bälle verfehlen in Rocket League Könnte drin sein Der ist drin Der ist drin Ja War natürlich Der war sehr lucky natürlich Also Der war jetzt nicht so geplant Dass der unbedingt reingeht Äh, Elias Lukas Äh, Lukas Liga Ja, okay Okay Sorry Oh, war gar nicht so mal so bad War gar nicht mal so bad Oh, shit Leute, ich sag's euch Wir sind einfach ein Duo, Bruder In, in Dings Ball In, in, in Boomer Ball Also das Darfst du keinem erzählen Der war krass Alle, alle Punkte mach ich grad nur mit Vorlagen Der war echt, äh Nicht, auch nicht geplant Das war nicht geplant Dass ich verrückt Sie macht Das war aus Versehen Mit dem Controller Okay, du fährst Posey, wie geht's Mir geht's sehr gut Mit den Jungen Wie geht's dir? Back zur Finale Ja, die Frage ist halt Gewinnt ihr das Finale Dieses Mal wieder Also Ich glaube ja Garmin hattet ihr ja verloren Die Frage ist halt Wie sieht's jetzt aus? Bin zerstört Nice Gut gefaked von mir Warte, 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 warte Ja, ja, warte Gin, los mal hin rein Jawoll, Joe Ja, Michael, ey, lol Es ist spät 23 Uhr Turnier schaffen wir nicht, Leute Schaffen wir nicht Tyler, aber es geht Viel Glück Nee, schaffen wir halt Real Talk nicht, ne? Nee, nee, schaffen wir nicht Ja, scheiß Oh, Mann Kannst du Nee Ja, nee Ja, okay, das ist halt Kacke Dann sag lieber halt Dann nimm ihn Lieber direkt nicht Weil dann nehm ich ihn Weil, aber so ist halt Kacke So kann ich den dann nicht mehr nehmen Ja, okay, alles klar Oh, Junge So close Nein Okay, ja Oh mein Gott Oh mein Gott Ja, okay, das ist halt Der ist halt sehr lucky reingeprallt, ne? Bei uns ist halt nicht reingegangen Mauni, was geht's? Äh, ich meine mit kein Account haben Digga, Joe Du sagst, du willst Dinges und du redest wieder Du kannst, du kannst nie spielen, wenn du redest Also hör auf zu reden Hör auf zu reden Oh, lol Äh, ich meinte ein Account, der niedriger ist Weil ich bin Champion eingestuft, äh, im Turnier Und, äh Vorhin wollten wir zocken Wollten wir Platin und Latein im Turnier zocken Und da hab ich ja kein Account gehabt für Weil Jemand seine Accountdaten vergessen hat Und mir die falschen Accountdaten gegeben hat Digga, so Das war wirklich lust Ja, trotzdem Kuss Ja Oh Gott Komm, 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 komm Oh mein Gott Ai, 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 ai Jawohl Ja, sehr schön Auch glückliches Ding Bis der reingegangen ist Ja, ich hab meine 100k Ich kann mit, damit ein Opening machen Also ist das nicht so schlimm Also der war echt so lucky reingegangen Er war wirklich lucky, aber ist scheißegal Wir brauchen hier in diesem Modus luck Oh, ich hab grad sowas Ja Könnt ihr mal hin? Digga Er hat mich gefakt Er hat mich einfach gefakt Joe I trust you Ja, ja Bin da Der geht, bin da Okay Vorbei Jaja Hast du ein bisschen Zeit Hinter dir? Jo, lol Was? Ey, vor allem, dass es belassen ist Wenn die jetzt verlieren Dann haben sie zweimal im Finale verloren Hast du? Ja, ja Sehr schön Nice Ey, Fosie Ich glaub, danach machen wir kein Boomerballturnier mehr Ne, 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 ne Ne, ne, ne Immer maximal zwei Boomerballturniere Danach ist immer Schluss Genau Sonst wird's nämlich irgendwann zu viel Und das macht keinen Spaß mehr dann irgendwann Jawohl Jawohl Digga Wir nehmen die auseinander Ein Tor noch Dann haben wir gewonnen Ja, ja Eins noch Ja, aber es gibt noch ein zweites Spiel Du weißt nie Aber hast du den gegen mich? Ne, okay Eigentlich hab ich gedacht, ich hab ihn erwischt Aber scheißegal Scheißegal Okay Nice Oh mein Gott Kannst du ihn machen? Ja, sehr schön Leute, wie findet ihr eigentlich meine Cam so? Wie findet ihr so den Hintergrund? Die LEDs da? Den Hund, Digga Den Hund im Hintergrund Den Hund im Hintergrund Boah, Digga Du musst haben Sonst da drin Ja, der ist auch weg War ein bisschen Backboard Ah ja, okay, der ist drin Nice Äh, hatte dich nie auf meiner 4U Ah, Leute Ja, manchmal Manchmal ist das Manchmal bin ich nicht auf der 4U Manchmal schon Damals war ich gefühlt jeden Tag auf der 4U Wo ich meine Comedy-Videos gemacht hab Ja, ich auch Ich auch, ja Aber Da ich das nicht mehr so mache So aktiv War ich da einfach Ich hab wirklich null Zeit mehr für TikToks Um TikToks zu produzieren Ich bin wirklich nur noch am YouTube-Passe Und Ich sag euch ehrlich Äh, klar hat mir TikTok Der ist drin, Digga Ja, kann ich verhalten Bumpt Ja, ist gut 2-1 Ich hab mit mir TikToks Spaß gemacht Aber YouTube macht mir auch Spaß Und YouTube rentiert sich sogar nebenbei So einfach noch Und deswegen Das ist ja natürlich klar Was man dann macht Ja, der ist weg Der ist weg Der ist weg Oder? Der ist nicht weg Wieso wurde der in der Luft so langsam? Ja, keine Ahnung Die Boomer-Ball-Dinger sind sehr, sehr komisch Der war so übel schnell Ich dachte auch, der geht drüber Ach, der ist gegen die Decke Ja, okay Ich hab das nicht gesehen, dass er gegen die Decke ging Ich hab's noch nicht gesehen Weiße, Digga Okay, Leute Kein Chat jetzt so kurz Muss ich jetzt hier mal wieder ein bisschen reinschwitzen Dankeschön Astro-Dragon Für dein Mitglied Oh, Gott Das Gute ist Wir können ein bisschen entspannter spielen als die Weil Wenn wir das jetzt hier verlieren Dann sind wir wenigstens nicht Dann haben wir wenigstens nicht ganz verloren Wenn die verlieren, haben die ganz verloren Ja Lass Ja, Luca Seh ich dich Jawohl Nein Nein Einfach gefailt, Digga In der letzten Sekunde machen die das 3-3-2 Digga, so unlucky von uns wieder Nein Bauti schreibt Glatzkopf Glatzkopf Das Problem ist, den an der Dingens zu nehmen An der Wall ist halt Ja, ja, ist echt Ist echt Ist halt sehr, sehr schwer Ja, ja, ist echt Ja, ja, Luca Wir schaffen das Glaub an uns Oh, lol Ach, ne, stimmt Das ist ja Verlängerung Jetzt glaube ich aber wirklich an uns Junge, wieso zerstört er mich immer Gehen? Ey, mein Controller macht faxen Nein, jetzt nicht Suck ihm jetzt nicht Ich dachte, beide failen Dann hätte ich den schön abstauen können Kommt Oh, nein Bitte, bitte Ein bisschen schräger, Mann Kommt Ja, ja Oh, oh, oh Ja, 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 ja Da sehe ich mich Oh, Mann Oh, Gott Muss er spielen Ja, ich glaube Meine Zuschauer erleiden hier gleich Irgendwelche Schwindelanfälle Oder so Habe ich, habe ich, habe ich Nein Komm zu spät Drin Ja Come on, come on Let's go Wir gewinnen damit Unser eigenes Community-Turnier Schon wieder Ey Holy shit An alle, die das als Video sehen Lasst ein Like da Kostenlos Abo nicht vergessen Wir sehen uns im nächsten Video Haut da rein Chibio Ciao, ciao Wir gönnen uns jetzt hier noch den Pokal Komm, warte Der Pokal, der muss noch hier mit im Video sein Komm, 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 komm Bam, Junge Broke Internet Let's go Oh, ho, ho, ho structured